gut wir überziehen ja momentan sogar wir wollen wir uns jetzt das eine magma wir haben ein kühlschrank drüben wenn ich mich nicht irre fähigend damit nach drüben dann haben wir natürlich weder werkbank noch sonst was auch die können wir bauen wobei es eigentlich wahrscheinlich totaler schwachsinn ist mal wenn ich jetzt dort ein fabrikatoren baut dann brauchte elektronik da bräuchte polymeer das macht tatsächlich so keinen wirklichen sinn wie sieht das aus mit der kollega so bei mir hältst du gut dann war das ding jetzt mal kurz und wir gehen mal hin so ich denke mal eigentlich sollte ein eine klimaanlage die sollte erreichen habe ich nicht alles täuscht aber ihr könnt mir erzähle was das ist doch voll mein look oder auch wenn sie jetzt hier auf tik tok instagram und das alles so schön gesagt haben an die männer ohne bad schönen mutter tag wo ich mir denke genau dass man bestand noch von der wei war die dann eine kuh fänger dort genommen aber dann lassen wir uns jetzt gar nicht wirklich drauf weil das wird jetzt ich freue mich schon erwähnt das problem ich meine ja der ein oder andere wird jetzt wahrscheinlich beim engel das ist gar keine neue hardware ist die ich dann kriege sondern dass es gebraucht hat wer ist ja das steht sogar dabei und sehr geil in deutsch und das ist mir egal solange sie funktioniert das ding was ich jetzt hier habe das ist auch nicht neu also habe ich auch nicht neu gekriegt und hat jetzt doch lang weil zehn jahre oder so also von daher braucht man doch keiner zu kommen auch dass es server prozessoren also ja sind so das macht mir aber gar nicht ich mache noch mehr wie spiel gerade auch videoschnitt oder mit blender zum beispiel mehr kerne dann doch oft gar nicht schlecht eine zum rändern sondern zum bearbeiten wenn da kurz zähne komplex wird und du hast nicht genug power auf der maschine und dann versucht das zu drehen oder sowas oder rinze rinze zu suchen das wird dann auch schon hakelig ja dann ist es eben keine neue hardware mein gott stellen euch nicht so dran was zwei wollte ich schon kann ich jetzt baue ich hoffe auch wirklich sehr dass früher oder später dann der erfolg einstellen wird ich meine vielleicht werde ich kein massiv mega in flühen soll aber wenn das so reicht dass der spaß noch mehr spaß dabei rauskommt in form von besserer hardware vielleicht neue spiele oder wie auch immer oder auch dass wir noch neues zeug basteln können und ja auch die anderen dann noch mehr spaß dran haben und das alles aktiver wird ja das wäre mein erklärts ziel das fand ich geil selbstredend haben wir natürlich etwas vergessen und zwar so ein magma brauche soweit ich weiß fressen die sulfor haben wir aber nicht hier ich kriegte eine nachricht kann man aber später so ist die tür dass die die klimaanlage sind da hingestellt das magma alter hinhauen in der zeit wird das dann ausgerüttet können wir ja so das heißt nicht e nicht e nicht e nicht e nicht e nicht e ja es blutet hervor genau was wir sind so froh davon müssen wir nicht zurück bringen und dann sind wir gut gut wo kriegen wir es so vorher wartet mal wartet mal ja ein paar bleibs ko war und wenn ich denke bist du das das war das war das 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 wir hatten wir nicht noch irgendwo eine nenne und das ist ich war mir relativ sicher dass wir irgendwo nicht gebaut wo ich dann gesagt war also blödsinn das kugelt der dummer uns aber nicht lang an den kuchen wir schnell in die schränke wenn da nichts drin ist bauen wir einfach nahe ja doch die patung auf der zu was Ich habe den Weg so, aber noch kein Schiss. und ich dürfte ja dank Beehive und all Udo kein Thema sein. Ich denke, das reicht noch. So, jetzt müssen wir alles zusammen machen. Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Ei, dicke Scheiße. Die Sache ist nur die, wir sollten das Ding dann logischerweise nicht hier oben. Oder? Wir können das dann am Wirepod, den ich nicht dabei habe, runterbringen. Oder wir müssen jetzt hin und herlaufen. Die nennen die Brüte den da draußen aus. Ja, ich denke, das ist die beste Idee. Wir warten jetzt, bis er ausgeblütet ist und bringen den dann runter. Und wenn er dann ohne ist und die nennen steht und Sulfur drin hat und der Honig dann enden wir mit der Folge. Weil dann kommen wir langsam aber sicher nochmal in eine normale Region. dann kommen wir jetzt mal rein. Und wenn wir den Freitag massiv überziehen, okay. Aber zumindest in der Woche ist ja auch kacke. Wir haben ja gar keinen Rutschmus. Oh je. Ach du Scheiße. Ja, wenn's läuft, dann läuft's. Das ist nochmal. Ähm. Hört mir das zu sehr weh. Tusch. Jam. Das sieht gut aus. So, jetzt ausbrechen, jetzt bin ich natürlich. So, die Nanny, man macht das auch gerade hier, würde ich sagen. Die Nanny werden so ein bisschen geschützt. So, kriege ich auch nicht. So viel. Das kann ich jetzt aktivieren. Und wie ich gerade sehe, kriege ich schon wieder keinen Zugrücken. Das ist doch scheiße. Aber dann wäre die Nanny-Bonus, das klappt doch normalerweise nicht. Ich meine, wenn mich denn alles täuscht ist, dann mag man doch auch großen Schlagen mit Partner-Bonus. Das ist doch ein Schiss, oder? Genau, das steht das da drinnen irgendwo. Ja. 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 Ja, ja. 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 Ähm, ja. Genau, gar nicht gleich, gell? Das ist bei uns nicht schlag, ich bin voll Bei uns müssen wir uns jetzt aber nicht zu zwingen, Klappe Ah, eigentlich wollte man die Nimmigstelle und dann Was muss der Reihe für? Unplash. 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 Wir schauen uns für das Klack auch... So, jetzt form einfach mehr? Hu! Wollt das wahrscheinlich schon reichen. So, das parken wir jetzt noch schnell drin. Und dann machen wir auf irgendjemanden. Ich stecke schon heute und da ist auch. Ich glaube das könnte reichen. So, ihr wisst. Daumen. Ich muss mir dringend so ein neues Ding drucken. Und ansonsten sehen wir uns dann morgen wieder. Ciao. 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 Ciao.